So, wollen wir mal Schnee speichern. Und dann einmal gucken. Kann ich das jetzt machen? Eloy. Lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zu... Freund würde ich ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 17,22 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch. Kann nicht kompromittieren. Gaia, Neustart. Doch Einheiten werden versagen. Wieder dabei, hm? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Eloy. Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das bergab findest? Tja. Da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Toll. Er meint, er hätte alles im Griff. Pass das. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, wo er die Kugel hingetan hat. Tja. Mal sehen, wohin die Spur führt. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. Bin ich jetzt wirklich falsch gelaufen? Ich bin wirklich falsch gelaufen. Mitchell! Hallöchen! Bis auf dieses komische Unwetter ist hier halt nicht. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass das hier die Spur sein soll. So, hier bin ich. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie geht's? Wie steht's? So weit, so gut. So weit, so gut. Ich würde den halt gerne überbrücken. Der kommt hier. Das kennt ihr. So weit, so weit, so weit, so weit. Alles. Aua, ungeil. Ja. Ah, das ist ja Nummer eins. Ach, hör doch auf. Ja, Feuer. Ja, Feuer. Komm, 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 komm. Ow. Ah. Gleichmäßig atmen. Überlegen, was als nächstes kommt. Okay. Ich glaube, mehr waren hier auch nicht, ne? Das heißt, wenn ich mich von hinten ran schleiche, sollte das kein Problem sein. Kuchling, auch dir einen wundervollen guten Abend. Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so aufmerksam bin. Ich versuche ein bisschen voranzukommen. Bisher sieht das auch ganz gut aus. So, wir laufen weiter hinter der Spur hinterher. Hm. Hm. Wie wir festgestellt haben, kann ich die Reserve sehr gut gebrauchen. Hm. 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 So. Hm. 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 Was ist das Vieh denn jetzt? Die Maschine sieht mich. Wir gehen hier einfach mal weiter, diese Spur nach. Jo, Marie, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich auch nicht. Hallo. Sehr gut. So, verkaufen. Haben wir gar nichts? Hm. Okay. Ah, du bist wie die Stöberer. Immer aufrufe nach neuen Dickern. Das ist richtig. Gut, aber... Ich glaube, das sollte heute hier auf jeden Fall gewesen sein.